Also ich bin Nele, ich bin 24 Jahre alt, ich studiere im Moment im Master Psychologie an der Universität Erfurt. Ich habe mich bei der Universität Erfurt für das Deutschlandstipendium beworben, habe verschiedene Angaben hochgeladen und ein Motivationsschreiben verfasst, wo es unterschiedliche Fragen zu beantworten gab und dann hat eine Auswahlkommission darüber entschieden, wer eben die Stipendien bekommt und da habe ich auch eins bekommen. Das Deutschlandstipendium wird zur Hälfte vom Bund finanziert und zur Hälfte von Unternehmen oder anderen Förderern und dadurch kriege ich 300 Euro monatlich, um verschiedene Sachen leichter zu haben gegebenenfalls. Beziehungsweise es ist eine Förderung für Personen mit guten akademischen Leistungen, die sich gleichzeitig auch sozial engagieren.